Das wird gleich geil, ey, reden hören, wenn Sascha nicht da ist oder wenn Sascha tot ist oder wenn ich tot bin, mich reden hören. Alles, was wir jetzt schon sagen. Echt jetzt? Alles, was wir, ja, es wird jetzt schon aufgenommen, was wir reden. Okay, warte kurz. Hallo YouTube! Falls ich das hochladen soll, hallo, herzlich willkommen zu Leve Company. Es ist so laut. So, dann modde ich mich genau, dann mute ich mich mal. Ja, hab mich ja da auch schon komplett gemerkt, oder? Ja, ja. Warte, wie tanzt man eigentlich? Mit eins. Oh, geil. Oh ja. Und mit zwei zeigst du. So. Ja gut, wir haben ja eh einen komplett neuen Spielstand, wir haben kein Geld, also müssen wir erstmal auf hier Experimental, Experimentation. Ja. Ja. Let's go! Let's go Mario! Let's go Mario! Ja, das Schlimme ist halt, alles, was wir jetzt schon buffeln, wird schon aufgenommen und das können dann die ganzen NPCs, können uns die ganze Scheiße, die wir jetzt schon reden, dann vor den Kopf werfen. Weißt du was richtig, weißt du was dann richtig fies ist? Muss einfach nur, Sascha, Sascha, wo bist du, Sascha, hallo, Loco, Loco, hallo Sascha, hallo. Senovo, 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 Hilfe, 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 wo seid ihr? Das ist nämlich richtig mieses, kannt ihr mich jetzt vorkommen, dass dann ein NPC vor dir steht und dann hallo? Ja. Okay, er rennt halt einfach vor, weißt du, so, Chironimo-mäßig. Ja, alles super, Rainer, ich kenne nichts. Jo, halloochen, halloo, halloo, halloo. Boah, Alter, er schreit erst mal die ganze Bude zusammen. Ah, hier ist nix. Nix, 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 nix. Was? Bist du hier? Ich bin hier unten. Ja, hast du gesagt. Ich hab noch einen Schlüssel. Oh, geil. Ich hab gesagt, du nimmst die ganze Bude aus und dann schreitst du mich schwer durch die Hallen, ne? Ja, natürlich, die sollen wissen, dass wir hier sind. Ich hab einen Schlüssel. Ja, du weißt aber schon, dass es auch NPCs gibt, die auf, äh... Das weiß ich. Das weiß ich alles. Ich hab schon mal zwei Schlüssel. Ich hab auch einen. Oh, ich brauch sogar einen Schlüssel jetzt. Mit rechner Faustaste kannst du es kennen, nix. Ja, weiß ich. Ich kenn das Spiel. Ich hab auch eine Tür aufgemacht. Ich hab ein Stahlrad. Warum ist das somana hier? Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö!!!! Was denn? Das Schattenfreck kann kommen. Was der Schatten... Ach, ne. Ach, ne, nicht der Vigg. Ich hab'ne geschlossene Tür. Ja, ich komme. Ich hab trotzdem nicht im Schiff gescannt. Wo ist er? Ja, ich hab trotzdem nicht im Schiff gescannt. Damit wir wissen, wie viele Objekte es hier zum Sammeln gibt. Ah, ist doch egal. Hier, hier, hier. Wir müssen uns den Rücken scannen. Da. Äh, decken. Wir werden alle sterben. Natürlich. Hier ist nix. Hier ist ne geschlossene Tür, die man nur vom Schiff aufkriegen kann. Ja. Ich hab braunen Schlüssel. Ja, hier ist was drin. Hier ist zu. Ich mach auf. Ja, perfekt. Den Raum meinte ich. Ah, alles klar. Ich hab... Ähm, wir sind im Arsch. Warum? Hallo. Warte, äh... Oh mein Gott. Du bist doch dämlich. Hallo. Warum machst du das? Hier war's. Warum jetzt schon? Oh mein Gott. Er hat den... Weil der gut Kohle bringt. Ich weiß. Hättest du auch noch ein bisschen warten können? Ne, halt. Wir sind... Wir sind in falsche Richtung. Oh scheiße. Runter und dann links war's glaub' ja. Ähm. Ja. Hier durch. Hier lang. Nein. Da lang. Ah scheiße. Ah. 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 Fire Exit. Wo? Da musst du aber rüberspringen. Äh. Ich würd's lassen. Ja. Das hier da weiter. Ne, ich... Ich will... Ich will raus. Oh, warte. Auf jeden Fall. Ich will auch raus. Ich will auch raus. See nix. Hallo. Hallo. Hilfe. Hallo. Hilfe. Hallo. Hallo. Bist du da? Ja. Hier krabbelt was. Hier krabbelt was. Ich... 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 Ich bin noch raus. Ich bin noch raus. Ich bin noch raus. Okay. Hier lang. Über die Feuerwehr. Geht jetzt. Pass auf. Geh drauf. Geh rüber. Ja. Spring rüber. Und versuch das Ding mir abzunehmen. Hier. Geht. Kriegst du's? Warte. Ich komm rüben. Weil damit kannst du doch nicht rüberspringen soweit. Doch. Doch. Uh. Gut. Geschafft. Oh, das war ja richtig knapp. Scheiße, Alter. Ja, das war wirklich knapp. Da ist irgendwas gekrabbelt. Oh mein Gott. Könnte Spinner gewesen sein. Ich hasse das wie ich. Ich mag's auch nicht. Deswegen renne ich immer weg. Ja. Also... Ich bin der Meinung, wir sind... Haben genug. Wir können fliegen. Ah, da geht noch was. Ja, natürlich geht da noch was, aber... He he. Oh, Bean, 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 Bean! Ja, einfach durchrennen. Oh. Na, warte mal. Er hat den Generator einfach mal geklaut. Ja, ich hätte eigentlich nicht gebraucht damit. Ja, logisch. Kann man damit irgendwas machen? Ne, damit kann man nicht hauen. Nicht hauen. Schade. Ja, wir haben eigentlich schon unser Maximum erreicht. Und wir haben noch zwei weitere Tage. Also... Da geht noch was. Ja. Wie viel... Wie viel... Ähm... Ist hier auf dem Planeten noch? Äh, warte. Muss ich gucken. Äh... Z... Gen. Äh... Noch drei Objekte. Ja, nee. Ab zu... Ab weg hier. Ach, nee. Ab weg. Lohnt sich nicht. Hau zu, auf und hoch. Ja. Clipboard kann man auch verkaufen. Das Geile ist, man muss es halt selber eintippen hier in das Terminal, ne? Ja, das find ich auch voll nice. Ich glaube nur ein Zettel. Ach, der Zettel ist schon wieder okay. Ja. Der Morse... Nein, ich bin deutlich paranoid. Nein. Nein. Ich bin gar nichts. Okay. So. Ich würde gerne wieder einen ruhigen Planeten. Ich hab keinen Bock auf Stormys. Nun. Das war ein ruhiger Planet. Äh, ist der... Ist der gerade Stormy? Wo wir sind? Nee, der ist eklipst. Äh, nee, 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 nee. Da bin ich raus. Eklipst. Dann muss ich gucken, ob wir noch einen anderen kostenlosen haben. Ja. Ah, schmal. Der andere ist Rainy, Rainy würde gehen, wir gucken mal was bei Woe los ist, ob der kostenlos ist. Ja, Woe ist kostenlos und der ist ganz normal. Perfekt, let's go, Captain. Guck mal, riech's mal, riech's mal an den Finger. Oh, deine Kacke. Zieh mal dran. Ich hab gesagt, du sollst mich nicht stürmen, wenn ich mein Zimmer sauge. Ach nee, Wald, Waldkreaturen. Tschüssi! Das ist doch wieder hinter uns irgendwie, oder? Der Eingang? Du rennst falsch. Ich renn falsch? Okay. Ich glaub, der muss wieder irgendwo hier hinter uns sein, hier so in die Richtung. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Folgt meiner Stimme! Hier hinten! Hier hinten! Ah ja, schräg. Er hat ihn. Juhu, Chironimo. Hier unten ist auch noch ein Eingang. Das wird lustig. Aua! Ich hör ne Miene. Ich hör ne Miene. Schon wieder. Soll ich den Generator nehmen? Noch nicht, noch nicht, noch nicht, bitte. Noch nicht. Ist nicht dein Ernst. Ja, was ist denn los? Er hat ja mal ein Puster machen hier. Wer hat denn das Ding schon aufgesammelt? Ja, Sascha, wer denn sonst? Nee, wer? Das weiß ich nicht. Ja, dann tust du doch auch wenigstens nach draußen. Denk doch dann, dass da die Scheiße Kiege kommt und das nur klappt. Mit diesem Insekt? Ah, Mina? Hallo? Oh, Mina? 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 Nein! 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 Lebst du noch? Nein! Es hat mich! Es hat mich! Dein Deck ist ein Geschenk! Ja, das ist so ein Headcracker-Ding! Nein! Nein! Hilfe! Rette mich! Mano! Ach, scheiße! Guck, guck. Wer kommt raus? Nee, der ist tot. Das wurde wie ich hatte geklatscht. Oh, ein Bienennest! Hallo! Ja, hallo! Ja, mein Toten! Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Der wurde von so'nem Headcraper geschnappt. Ja, ich hab's gesehen. Da war was Rotes an seinem Punkt. Ja, ja. Auf ihn. Da hat er nur noch die ganze Zeit geschrien. Ich hab gefragt, lebst du noch? Er soll... Nein! So, was brauchen wir jetzt sehen? Ähm, wollen wir noch so'n Bienenstock mitnehmen? Warte mal, ich scanne mal, wieviel's sie überhaupt gibt. Oh, hier gibt's noch zwölf Objekte. Wir haben noch einen Bienenstock. Ja, okay. Ich bleib hier an der Tür, ich mach dann die Tür zu. Äh, ich muss... Ich kann das Ding ja nicht nehmen. Und die mich anklicken. Wieso? Ja doch, nehmen und direkt hierher rennen. Und dann rein und ich mach die Tür zu, wenn du drin bist. Okay. Los, fliegen, fliegen! Ja. Oha, hat wehgetan. Ach, Leiche könnten wir jetzt nicht bergen. Ich wüsste sowieso nicht, wo genau er gestorben ist. Ich hab ihn halt nur noch reden hören und dann hab ich gehört, dass er so dumm frisst. Und dann hab ich gefragt, lebst du noch? Und er so, nee, nee. Und dann wusste ich, okay, es muss so ein Headcraper-Vieh sein. Gegenüber von dir war der. Most... Most profitabel, okay? Oh mein Gott, was ist mit mir passiert? Ähm, bei mir lag noch ein Geschenk und so. Das, das, das und so, ja. Das kannst du öffnen, ja. Ja, ich weiß, aber... Ja, ich weiß, aber... Ja, ich weiß, aber... Das hättest du noch mitnehmen können, Mann. Nochmal da rein? Ich wusste ja nicht mehr genau, wo du bist. Und dann hast du ja auch den Headcraper auf dir gehabt und... Ja. Ja. Wo sind wir? Wir sind wieder auf dem Planeten. Achso. Let's go. Und wieder rechts rum hier, glaub ich schon. Aber das Layout hat sich jetzt halt geändert. Ja. Ich hab ihn. Nicht rennen. Nicht rennen. Warum? Hä? Weil die Brücke einstürzt sonst. Achso. Ach, scheiß drauf. No risk, no. Hallo! Da bin ich wieder! Oh, hier liegt irgendwas. Direkt. Ich hab ne Kanne! Wann rein in die Galga! Ich hab ne Kanne! Oh, hier ist was. Ein Toy Cube. Giftbox. Ich will... Ich will... Nein! Fuck, ist doch erst im Flugzeug aus. Äh, Flugzeug. Raumschiff. Ah. Weil da kann auch noch was Großes rauskommen. Ist doch schön. Ja. Aber dann haben wir's schon. Ich hab'n Key. Ja, da hast'n Key. Sie, Lofi. Ich hab'n Key. Oh, hier ist ein... Ne, das machen wir diesmal zum Schluss. Ja, äh, bitte. Bitte mach das. Ja. Mädels? Kommt, der da ist der Tür geschossen. Ich bin schon voll. Bist voll? Ja, wir haben... Dann nehmen wir den Generator mit, oder? Wieder. Ne, ne. Ist da noch hinten noch mehr? Ne, ich hab'n Raum leer genudelt, aber hier war ich noch nicht drin. Hier ist noch ne zu ne Tür. Achso, ich hab'n Schlüssel. Dann geht rüber. Keine Ahnung. Hier, äh... Wirst noch jemand gucken, wenn du... Oh! Bragen, bragen, bragen! Was, mein... Ja, der hat Ehrgarten! Ich hab'n... Ich hab'n... Ihr wollt'n nur schnell raus! Warte... Gib mir noch was Kleines, genau. Jetzt kann ich das noch nehmen. Hat dann hier Sascha jetzt? Ja, ja. Ja, hat mich schon geholt. Achso. So schnell. Der kam mir gerade mit dem Ding entgegen gerannt, weißt du so? Ja, ich kannte den Weg, also... Oh nein, bitte. Neiiiinnn! Okay. Außenrum. So. Wie er da oben sich wegfeiert, ey. Einfach mal abgestürzt. Geiler Scheiß. Ich stand hinten und bin noch rückwärts gelaufen. Oh, ich liebe diese komische Dröte, ey. Oh, das war'n Bienennest. Ah, Bienennest! Nö, 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 nö! Nö, 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 nö! Nimm Zenova, nicht mich! Ah! Klebt der noch? Weiß ich nicht. Der lebt ja noch, hä? Wo ist der andere? Wie, wo ist der andere? Ne, der läuft. Oh, der läuft noch. Kann man wieder aufmachen, oder? An die Tür, an den Knopf, an die Tür! Komm rein! Schnell, 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 schnell! Und noch ne Runde! Na komm! Ja, na komm! Fliegen, fliegen! Scheiß Bienen, Alter! Ich hab'n Schlüssel. Mach'n doch in deinen Schrank. Oh, Junge, ey. Wer macht denn den Schrank mit unnötigem Dach voll? Ja, ich. Ja, warum? Das ist kein unnötiges Dach. Alter, haben wir viel Kohle. Junge! Ja. Rich! Wir sind der Riches! Hey, ich bin level aufgestiegen. Party-Timer. Party! Party! So, ab zum... Achso, jetzt müssen wir zur Company. Zur Company! Warte, ich pack mich schon mal voll. Wollen wir alles verkaufen, oder noch was übrig lassen? Wir verkaufen alles. Wir verkaufen alles. Sonst wird's zu easy. Oh, pass auf die Dentakel auf. Ja, ich weiß. Nicht zu viel klingeln, ne? Die Chefin. Die Chefin, ja. Das ist so ein riesen Kreatur dahinter der Wand. Landen wir jetzt oder nicht? Ich hab noch nicht gedrückt, ne. Ach so. Das wär's jetzt. Falsche. Nicht sprengen, nicht sprengen. Das könnte tot bedeuten. Ja, sonst landest du im Wasser. So wollte ich. Wie ich gestern. Leise. Leise? Vor allem Hazard Level. Vor allem Hazard Level safe, weißt du? Wenn man die ein bisschen ärgert. Also schön leise sein hier. Richtig! Ja. Ich kann sich ja mal davor stellen. Und die ein bisschen ärgern mit der Klingel. Oh, ja. Warte, warte. Schlüssel kann man behalten, oder? Ja, Schlüssel behalten. Ja, können wir auch verkaufen. Ja. Finden wir doch immer wieder die Scheißdinger. Uh, uh, ja. Bleib ruhig, Willchen. Hör auf. Schäffeln. 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 Ich... Ich hab noch Zeug. Ich hab noch nicht. Hör auf. Ja, Gott. Entschuldigung. Oh, irgendwie mag die uns. Ich glaub, die will uns nicht. Wir haben ja auch ordentlich Kohle rangebracht. Guck doch mal da oben, Alter, was wir an Kohle haben. Boah. Wir hätten nur 130 gebraucht. Den hatten wir schon am ersten Tag. Sascha, stirb nicht. Sonst haben wir weniger Geld. Hihi. Darf ich... Nee. Ich klote erst dann. Darf ich einen Wunsch äußern? Fast 2000. Wunsch äußern, ja klar. Können wir Teleporter und Schaufeln kaufen? Ja. Wenn wir das Geld dafür haben, ja. Teleporter kostet, glaub 500, dass wir uns... ... die Leichen rauszubeamen. Ja. Da müssen wir Selis stellen. Okay... Unschaufeln. Zum draufhauen. Ja, ja. Overtime? Oh, eier. 100er sind nur blödch. So, ich muss einmal schnell auf's Clubeln, gleich wird er da... Ich auch. können wir uns sogar leisten wir haben 1105 wir wollen so wir brauchen um die lille port ja also Oh, no. Ihr schönen Monster. Bis einer stirbt. Ja. Der Nussknackerl ist am besten. Der schrocknet dich weg. So, verlegst du doch? Bum bum bum. Du hörst gestern noch auf. Ich muss erworben. Bum bum bum. Ich bin da und kriege eine Schroppnackung dabei. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das war gestern der Hammer ey. Ich hab auch mal zwei Walkie Talkies bestellt. Okay. Der rennt da rum, fünf Monster am Arsch und hat großknacker um die Ecke und der schießt mich. Hörst nur noch bum bum bum. Wollt ihr Taschenlampen? Wir haben noch genug Geld. Ich könnt auch Taschenlampen bestellen. Ja, die pro Taschenlampen am besten. Totleben, 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 Totleben. Oh, jetzt hab ich nur eine Taschenlampe bestellt. Naja, egal. Dann haben wir einen Teamleader, der eine Taschenlampe hat. Der Teleporter... Dann kannst du Leute zurück teleportieren. Warte? Na warte, wir müssen erst landen. Eh zurück. Okay. Wenn du jetzt drinnen bist. Ich bleib jetzt, weil wir jetzt einen Teleporter haben. Deswegen hab ich jetzt zwei Walkie Talkies geholt. Einer von euch beiden ist jetzt nachher Teamleiter. Ich bleib im Schiff. Überwache die Monitore. Wenn ich sehe, euch kommt ein Gegner zu nah, kann ich euch zurück teleportieren. Dann sterbt ihr schon mal nicht. Oder wenn ihr gestorben seid, kann ich eure Leiche hierher zurück teleportieren. Aber wenn wir teleportiert werden, dann lassen wir alles fallen. Ja, genau. So. Und ich hab jetzt zwei Walkie Talkies bestellt. Also der Teamleiter kriegt Taschenlampe und Walkie Talkie. Ja. Und dann habt ihr halt auch noch zwei Schaufeln. Dann könnt ihr euch auch ein bisschen wehren. Und ich bleib mit meinem Walkie Talkie. Ich hab nämlich keine Taschenlampe und nur einen Walkie Talkie. Ich bleib hier im Raumschiff und überwache die Monitore, damit ich euch im Notfall zurück teleportieren kann. Ja. Kannst du sagen, wenn was in der Nähe ist oder wo ist das Land? Ja, das mache ich. Ich kann euch ja auch dann, ich kann euch dann auch die Türen und sowas öffnen. Ihr müsst mir dann halt nur sagen, ob ihr vor einer verschlossenen Tür steht. Dann gucke ich auf den Monitor, wo ihr da seid, wie die Türname ist und dann mache ich euch die Türen auf. Ja. Oder Geschütze, Minen, kannst ja alles ausmachen. Ja. Lass das Licht jetzt an. Du hast das noch ausgemacht. Ähm, Sonoma. Ich hab schon wieder kein Planeten ausgewählt. Ja? Gut, ein Tag für die Katz. Ne, ne. Ne, ne. Haben wir gestern auch schon mal gehabt, das Problem. Das zählt nicht als Tag. Achso, okay. Ich bin ja noch auf keinen Planeten. Ich kann das ja noch nicht als einen Tag zählen. Ja. Was war? Warte. Okay. Damit du den Teleporter mal kennst. Aha. Einfach den Knöpflinkbocken. Jaja, aber du musst vorher auswählen. Das wird immer nur einer. Du musst immer auswählen, wer hier. Auf der, auf der Karte, ja? Genau. Ey. Ist ja geiles Ding. Och nö So Jetzt Nein Zusammen Wie zusammen Geht das auch? Wenn man zusammen steht Die Die es gibt auch ein horn das ist ganz lustig welchen planeten jetzt und wer da auch ganz gut sein dann einmal unsere pakete abholen ja schon wieder nicht schon wieder so erstmal gucken wo das ding runter kommt da hinten ist eingang naja aber erstmal gucken wo das scheißding runter kommt wir haben ja bestellt bocky tocky taschenlampe schaufel und wenn wir es nicht abholen fliegt es wieder weg mit dem ja das liegt dann auf dem boden nee du musst das ding erst aufmachen dann liegt es auf dem boden ach so bei uns klingt das gestern immer automatisch auf nee ich habe aufgedrückt ach so man muss es aufdrücken du bist sicher dass du es bestellt da ist es ich wünsche euch meine nacht so schaufel ist nicht für mich ich brauche ein bocky tocky ich habe bocky tocky hallo 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 es gibt auch ein mod dass das man auch im gebiet hört was man im bocky tocky raus gibt ja werde ich nachher mal gucken aber sascha ich lasse mal eine taschenlampe hier waren das zwei ja glaube ach so nur eine ok ich komme ich habe nur eine bestellt ja ich habe vergessen ich habe vergessen die zahl einzutippen es gibt nur eine taschenlampe und der team leider sollte die taschenlampe und das bocky tocky haben ja wo ist sascha kannst du mir mal zeigen wo er ist äh der rennt schon los der ist schon der ist schon unterwegs sascha 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 Ja, über ein Fire Exit. Over. Leute, Sascha war gerade bei mir. Wo ist Loco? Ähm, ja. Over. Hallo? Sascha? Ja? Komm zu mir. Hier ist Lute. Wo? Ich weiß ja nicht wo du bist. Hier, da, da an der Ecke. Da gibt es noch Lute. Bist du bei Main Entries gegangen? Nee, Fire. Fire? Ja. Okay. Fire Exit. Ja. Ich habe Sascha gefunden. Over. Ah, alles klar. Also, falls hier irgendwo ein verschlossener Typ steht, äh, du bist hier leider und musst es da zu mir gefunden. Mach ich. Over. So? Wie bitte? Over. Ja, ich habe auch noch mal gesagt. Over. Äh, hier unten ist noch eine Giftbox. Nimm die mal mit. Aber noch nicht aufmachen. Mach die erst im Chip dann auf. Hier. Nein, hier unten. Hier unten. Ja, die trage ich dann raus. Äh, übrigens, da ist ein großer Server-Maus oder sowas bei euch in der Nähe. Da ist noch irgendwas. Da gibt es noch was. Äh, okay. Ähm, wir sind aber, glaube ich, schon voll. Over. Komm, Sascha. Wir bringen es raus. Ja, ich glaube, jetzt genau. Da ist es in der Ecke. Ne, warte. Warte, warte. Warte, warte. In der Ecke drin. Also in der Raumecke drin. Da liegt noch. Genau, guck schon, ne, die richtige Richtung. Ich seh' es! Ich seh' es! Scheiße! Warum holst du mich raus? Ich weiß! Scheiße! Wo war jetzt Fire-Excel? Fuck, 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 fuck! Oh nooo! Ich hab' mich verlaufen! Oh nooo! Oh nooo! Oh nooo! Treib Sand! Treib Sand! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Tenten ist der Gigant! Tenten ist der Gigant! Scheiße! Knigges! Knigges! Wir gehen! Sascha ist tot! Sascha ist tot! Hol' ihn raus! Ja! Ich wollte eigentlich noch zum Fire-Excel, aber ich hab' keine Ahnung, wo der ist nochmal! Ja, aber draußen rennen schon die großen Baumviecher und sowas rum! Ja, ich hab' ihn gescannt! Oh, Sascha! Was machst du nur? Huch! Was? Ach, das Baumviech hat sich gerade hier so ein bisschen durch die Wand geglitscht! Ach so! Na gut, wir haben kein Wokidoki mehr! Und zweitisch! Egal, wir haben noch... Wir haben noch jede Menge Geld, ich kann noch mal ein Wokidoki bestellen! Mein ganzer Loots, da! Durch das Drecksviech! Ja! Bist du gestorben, oder was? Ja, es hat mich angestürmt, da war's vorbei! Ja, ich hab' dann nochmal gefunkt! Ich hab' dann... Ich hab' vielleicht erst damit gerechnet, okay, Sascha nimmt wahrscheinlich jetzt das Wokidoki! Und dann hab' ich jetzt noch gefunkt, so, Sascha, lebst du noch? Lebst du noch? Dann bin ich ganz schnell nochmal zum Monitor gerannt, hab' da durchgeklickt, dann hast du dich nicht mehr bewegt, okay? Dann hab' ich gedacht, okay, Sascha lohnt sich nicht mehr zum Monitoren! Dann hab' ich bei Loco guckt, und dann seh' ich was, da für ein riesengroßer Ball... So ein riesengroßer runder Ball hinter ihm herrennt! Also so an! Teleportieren! Der Gigant! Ja! Ich zieh' irgendwie die Gegner an! Ja, du bist an ihn angegangen! An, bestell' nochmal! Bist du ja auf ihn zugelaufen! Äh, Pro... Jaaaa! Vielleicht! Jaaaa! Du wolltest nimmer gucken! Jaaaa! Flash... Lights... Taschenlampe, Walkidalki... Sind immer gut! Alki-Talki... Zwei! So! Äh... Ich will eigentlich nur ne Schaufel und... Walkidalki, Round zwei, ja! Ach, stimmt! Deine Schaufel ist auch weg! Ja, meine Schaufel ist weg! Ja, meine Schaufel ist weg! Ah, bestell' ich noch meine Schaufel! Ich weiß nicht, wie viele Schläger diese Viecher brauchen! Äh... Ich glaub' zwei oder drei! Das große Ding! Sind die dann für immer weg, oder? Ja, die sind dann tot! Okay! Kann man alles töten, ja, ne? Iiii... Ich glaub' den Schleim nicht! Das weiß ich nicht! Ne, den Schleim nicht! Ne... Das hab' ich nicht gelesen! Oh! Ich glaube... Egal, ihr habt nichts gesehen, ich ziehe! Okay! Okay! Der Planet ist eklipst! das sieht ja gar nix die bestellung kommt erst noch ja der eingang ist wieder vor sehr schön ich bin dann wieder loko du hast hast du hast gerade schon in die richtung eben hier vorne ist ein grüner punkt Wenn du raus gehst und wieder da... Ja, geh mal raus und guck mal in die Richtung, genau. Ja. Einfach gucken. So, wo jetzt? Da kommt man zu euch, weg, weg, weg! Ich hör nix, Nova. Da ist... Da wird was zu euch! Dieses aufsammelbare Ding liegt immer noch da draußen. Da bist du wieder eiskalt dran vorbeigerannt, weil du zum Ablieferungsdingen gegangen bist. Ja, okay. Ich scanne mal kurz. Wer macht denn schon wieder hier die Tür zu? 16 Objekte gibt's hier. 16 Objekte, 1200 können wir hier kriegen. Der rennt schon wieder falsch. 16 Objekte gibt's hier. Ah, Riese! Kommt auch was! Tür zu, Tür zu! Mach die Tür zu los, Sascha! Tür zu hoch! Verschlechene Zeit hier. Es gibt, ja, es gibt hier 16 Objekte. Insgesamt 1200, äh, Kind. Okay. Wartet mal kurz. Wie gesagt, draußen liegt schon... Direkt wenn er rausgeht... Links! Nichts! Nevermind! What? What trick is that? No, 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 no. Tür zu! Scheiße! Ja, Scheiße, den kriegen wir nicht mehr. Nee. Ja, okay, weg hier. Es ist zu hart. Gleichlich hier? Nee. Nee, ist auch nicht. Du kannst draußen gucken, ob du sie draußen findest. Nee, nee, nee. Guck mal, guck mal, guck mal her. Ja, siehst du den grünen Punkt auf dem Monitor? Ja. Das ist ein Bindstuch. Ja, das ist irgendwas einsammelbares. Ja, das ist so krass. Wenn du nicht raus, renn raus, nimm das Bind. Nee, das ist nicht das Mogidoggi. Das liegt schon die ganze Zeit da. Das ist ein einsammelbares Objektiv, das wir mitnehmen müssen. Nee, jetzt nicht am besten rausgehen. Jetzt nicht. Jetzt nicht rausgehen. Es kommt, es kommt! Da ist noch was anderes. Ja. Da läuft noch was anderes Kleines rum. Der hat abgestimmt, dass uns noch schnell auf den Flux fliegt. Okay, dann hau mal ab. Ja, das ist Eclipse ist schon scheiße, wenn wir nicht loswerden. Das kriegen sie nicht hin. Das ist zu hart. Wir werden gekündigt. Okay, also beim nächsten Planeten müssen wir jetzt räumen, Alter. Was war das? Nö, 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 nö. Wer war das? Nö, nö. Ah, das war das Monster, ja? Ach so, ja, stimmt. Die Monster reden auch. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Ohne Scheiße. Das ist zu hart gewesen, ey. Ähm. Ja. Dann machen wir das jetzt. Kriegen wir jetzt n... Ja, also jetzt müssen wir, jetzt müssen wir verräumen, ne. Also wir brauchen 240 und wir haben nur noch diesen Tag. Ah, doch kriegen wir heute. Und der Planet ist nur noch eklipst. Warum fliegen wir dann zu den Flux noch zu anderen? Ja, ja, ich guck doch gerade schon nach nem anderen. Nach nem schönen. Hm. Ich mag. Mo. Ich mag. Ich mag. Ich mag. Mhm. Geil. Gleihatn. Hast du noch n dwarkem palki? Er hat noch eins Er hat noch eins Perfekt Dann lad mal dein Walkie-Talke auf Let's go Let's go Let's go Jetzt schon wieder Fuck, Wüstenplanet Mit Riesenwürmern Ja Ah, hier geht's Der lang, ja Okay Okay Hot Shined out Ja, wir müssen oben rum, glaub ich Ne, hier lag Genau, und dann oben Einmal im Kreis gelaufen hier Ja, passiert Machen wir Ich hab irgendwas Großes gerade Turret Turret Das ist ein Turret Das ist ein Turret, ja Oh, er ist an Er guckt aber in die falsche Richtung Ich bin gleich wieder da So, jetzt bringen wir das schon mal weg Okay Und dringend Geld Ja, in dem Raum sind drei Sachen, drei Sachen sind in dem Raum Du brauchst Loco nicht Bescheid sagen, Loco ist bei mir, alles klar Tschüss Warte ich mal raus, warte ich mal raus Hi Hallo Gut, hier ist nix mehr Dann Okay Okay, da hat was geschossen Okay 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 Nichts. Nein! Hey, ich höre dich, Sascha. Ja? Ja. Ich habe noch ein Schild gefunden. Geil. Sag ihm mal M6 oder D6, wenn da gut ist. Das ist ein blaues. Danke. Äh, Schild, ja. Oh, ich laufe kreis. Oh, nein. Oh, geil. Perfekt. Geld. Da war ich schon. Nee, 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 nee. Ich lasse dich da oben. Gut. Das ist eine schlechte Idee. Ja, du bist nicht, Sascha. Du bist nicht, Sascha. Sascha? Das ist ein eigenes Abelbar, das ist ein Abelbar. Was ist denn das? Was ist denn denn das? Ich schaffte. ähm lass gehen wir haben genug ich hab noch kein monster gesehen ich habe schon mehr ich hab schon ganz viele gesehen ja dazu wahrscheinlich eingesperrt ja ich habe versucht mit ihnen zu kommunizieren mit meinen bewegungen die restlichen habe ich alle zugemacht die müssten jetzt erst außen rum laufen ok weil loko war dann plötzlich umzingelt von von vier oder fünf monstern ich habe es gemerkt das war ja und die eine tür wo du davor stand die i6 ja konnte ich nicht zu machen die nicht zu ok aber i guess wir haben genug ich hab ein schild gefunden nice ja i guess lass los roboter habe ich gefunden auch das fehler ist von hier drin auch ganz schön anstrengend wenn beide monitore überwachen dann ständig hier zum monitor rennen gucken welche im buchstaben und zahl ich eingeben muss aber meine bewegungen haben anscheinend geholfen dir zu vermitteln wo ich lang will ja ja ich hab dann ich hab dann über das worgi-talkie zum sascha ne ne ich hab zum sascha dann gesagt das worgi-talkie er das worgi-talkie deswegen habe ich ihn nicht überwacht ja das habe ich ihm da drüber gefunden ich habe gesagt sascha ich überwache deinen monitor nicht ich gucke nach loko weil loko hat kein worgi-talkie so konnte ich besser auf dich achten und sascha hätte mir sagen können ey ich stehe vor der tür guck mal kurz bei mir da hätte ich wechseln können ja das war dann für mich einfacher weil so hatte ich dich besser im blick und konnte jederzeit reagieren auf dich weil du hast ja kein walkie-talkie da hättest du nie was sagen können ja nur über bewegungen der turret der der turret der stand so blöd dass ich immer vorbei rennen konnte ja den habe ich mehrmals ausgemacht ja der ging dann wieder ja der bleibt nur kurzzeitig aus aber ich konnte immer wieder dran vorbei also ich habe kein problem kein walkie-talkie weiter mitzunehmen da habe ich mehr platz für loot ja ich selber kann ich muss nicht alles gut macht aber kein problem besser wenn du dann in der nähe vom sascha bleibst das schild behalten wir mal ja ja zum hauen kann er sich wehren eben das walkie-talkie möchte ich behalten zumindestens fällt euch dann ein kleines bisschen leichter weil wenn ihr mich drinnen sprechen hört wisst ihr dass ich dass ich nicht bin weil ich bin aber eine taschenlampe kann er gebrauchen ich habe irgendeine kindliche stimme da gehört das war echt nicht angenehm ok ja wie gesagt du standst dann irgendwann so zwischen vier oder fünf monstern ja ich glaube da war das kleine mädchen das geister mädchen das habe ich gestern noch gar nicht gesehen das tötet dich sofort willst du mal rausschuss bleiben willst du raussfaktion machen dann gehe ich mal rücken sascha der will unseren loot net ne ne der will unseren loot net weil ich gehe mal was ist jetzt los doch jetzt dass mich doch einfach klingen mein gott ja ich habe doch ich habe fünf mal drauf also willst du willst du im raumsschiff bleiben ich kann das nicht tippen ich bin da ich habe auch dass ich habe das noch nie gemacht muss ich muss nur auf den monitor gucken da stehen dann immer kleiner kleiner buchstabe und bezahlt und die musste dann einfach nur hier ein monitor voran und dann einfach nur den buchstaben und die zahl eingeben und dann war es doch schon ok kannst du kann ich machen also da stehen immer nur c6 oder die fünf und sowas und das sind dann türen oder zerwitz und einfach nur diese buchstabe und zahlen musst du dann hier einmal eintippen und dann deaktivierst du das oder öffnest die tür dann würde ich dir nämlich das bocky tocky hinschmeißen dann gehe ich mit dem sascha ja mach das dann wechseln wir uns ein bisschen ab okay wir fliegen schon weg ja wir müssen erstmal hoch damit ich den planeten auswählen kann das bocky tocky mach ich aber nur drinnen an dann ja und dass wir geld kriegen ja unser geld dann kannst du die holen oh sieben dollar bock okay jetzt brauchen wir 357 das was wir gerade eben gelootet haben das war ja genau das die quote genau so store ja ich habe seit ein paar tagen frosch im hals und husten und so ein bisschen weniger frösche essen was haben wir denn heute samstag das heißt nochmal einkaufen gehen shiba ich kann dir das spiel auch nur empfehlen also wenn du es hast das lustig komm ran ich schick dir die mods durch ja noch ist platz in unserer crew falls noch jemand mit will ansonsten kann ich dann auch nach der mod gucken dass wir mehr leute mitnehmen können ja die habe ich auch schon gesehen ja dann können wir dann mal einen community tag machen im stream so kann die community mitkommen man könnte auch alle von einem fest mal hier rein rein schmeißen dann müssen wir auf englisch reden ja und sie war das spiel ist wirklich gut also guckst du gerne an ist sehr lustig also du bleibst im raumschiff alles klar ja ich bleib dann raumschiff einmal also wir sind halt hier müssen halt schrott sammeln auf planeten die wir aussuchen und ja hört ihr mich auf geht's ja ja also sascha hat sascha hat funke ich höre dich nicht okay wir müssen sowieso warten wir kriegen unsere unsere lieferung noch also meine flashlight kommt noch ja ich habe jetzt nicht geguckt wurde eingangs ich denke mal vor dem schiff aber warte mal ich kann ja mal gucken wie viele sachen hier drin sind denn zwölf objekte sascha ok wo sind wir ach so okay dann hat es doch gehört was ja ja ich hab's gehört kann ich ihn noch sagen also ich übernehme gerade das den platz im schiff ich beobachte jetzt die beiden hier die jetzt auf dem planeten da rumlaufen und ja ich gebe den dann einweisungen ja du musst das ding auch anmachen ja ich wollte eigentlich warten bis ihr drinnen seid ich hab dich nicht gehört ok so wo lang weiß ich nicht ich glaube vor dem schiff links lang ok stimmt jiva kannst du mir das noch mal schicken auf discord dann ich komme zur zeit so hart nicht mehr hinterher mit allen sachen ja mach das mal ich glaube hier drüben gegenseitig ich weiß schon wieder nicht wo du bist ja also ich habe jetzt mal ein bisschen entspannt jetzt gerade mal ja weil sonst die durch carry müssen mit den ganzen loot sammeln jetzt darf ich mich auch mal entspannen also ja direkt bei euch im raum ist rechts in der ecke was genau liegt schon mal raus ist die tür zu ja leg doch das was du schon gelootet hast raus ach ihr seid über ein feier exe train aber so wockey talkie nochmal aufladen Er opfert sich, Fisti. Wer was wie wo? Oh, stopp, 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 genau Sascha, geradeaus weiter, 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 Da ist ein Schild. Genau das meine ich. Oh, da kommt was kleines, schnelles angerannt. Oh, oh, bei Zenova. Äh, es verfolgt euch. Was, was ist das? Okay, es hat Sascha. Ja, ich sehs, ich sehs. Warte kurz. Da ist noch ne Spinne. Scheiße. Er wollte mich jetzt verarschen, oder? Äh, das kann doch nicht wahr sein. Ah, Spinne! Okay. Ähm, wenn ich jetzt wüsste, wo lang der Eingang ist, würde ich den Loot noch holen. Wie viel Uhr haben wir? Okay. Ihr wollt nicht, dass ich's hole. Ist okay. Ist okay. Dann gehen wir. Ach, ihr beiden. Ach. Wir sind gleich weg. Keine Sorge. Ja, die sind jetzt tot. Die liegen hier. Zenova ist grad eingekonkt. Also der ist von der Spinne getötet. Nein, die kann ich nicht wiederbeleben. Also, jetzt verlassen wir den Planeten wieder und ähm, dadurch spawnen sie dann wieder hier rein. Stimmt. Wahrscheinlich ducken und dann leise. Jaja. Das, das war, das war gerade nicht so geil irgendwie. Und die Spinne, ja, da muss man auch leise. Ja, die kam gleich danach. Du, du warst tot. Ich hab noch deinen Walkie-Talkie genommen. Ich wollte das Schild noch nehmen, um mich wehren zu können. Und dann kam gleich die Spinne von oben runter gedüst. Ich hab das Viecher aber auch gehauen. Noch dann am Ende. Oh Mann ey. Ich, ich glaub ich bin für ein Schiff nicht gemacht, sondern eher um drinnen zu sein. Ich, 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 ja, 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 ich, ich kenn die und ich, äh, weiß wie ich teilweise mit denen umgehen muss. Ja gut, wir müssen, wir haben, wir haben 357 einzusammeln. Wir haben noch zwei Tage, ich glaub wir gehen zu dritt rein. Zu dritt? Ja, ich hol dir das alleine raus, keine Sorge. Aber wir brauchen einen anderen Planeten, weil der ist überflutet. Oh ne, überflutet ist ganz, ganz, ganz schlecht. Tod. Leben. Tod. Leben. Tod. Tod. Leben. Tod. Wie kann man das Schiff umdekorieren? Ich will, und wie ich jetzt... Weg bewegen. Mit, äh, mit B. Mit B. Oh geil. So, ich scanne kurz. Ah, direkt links, okay. 18 Objekte, 18 Objekte. Hol ich dir raus. Keine Sorge. Ich folge einfach dem Rohr. Nevermind, Rohr zu folgen war falsch. Oder war's richtig? Ja, ja, hier oben lang. Ja. Und dann hier drauf springen. Ja. Shiva, danke für ein Bit. Danke für zwei Bits. Danke für drei Bits. Äh, noch waren keine drei Bits. Oh, jetzt waren drei Bits. Danke, Shiva. So. Direkt hier unten ist was. Perfekt. Ich bin wieder zu Hause. Ich bin auch wieder da und ich hab schon den ersten Loot. Ah! Geschütz! Ist nicht dein Ernst? Warum jetzt schon? Oh Mann, jetzt sehe ich nichts mehr. Danke. Warum hat das rausgenommen hat? Und dankeschön. Noch ein Geschütz. Noch ein Geschütz. Oh mein Gott. Ah. Da ist das Geschütz. Ja. Da ist das Geschütz. Da ist das andere. Derjenige, der hat den... Oh scheiße, ich höre was ekliges. Können wir machen. Warum? Das war ein Gegner. Der hat Senovas Stimme gehabt. Hab er was? Oh, hallo. Ich weiß es nicht. Ja, ich hab was. Ich weiß nicht was. Aber wer hat den Generator denn jetzt schon rausgenommen? Ich. Warum? Hier unten sind Geschütze. Die kann ich jetzt nicht mehr richtig sehen. Oh Gott. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Er schreit. Er schreit. Er schreit. Er wird totgesallert. Alter. Ja, ich habe gesagt, hier sind Geschütze. Da drinnen? Ja, geht da nicht rein. Im Dunkeln? Ja, im Dunkeln. Also vorher war da Licht. Mann, ey. Sinova! Das war's mit Sascha. Der ist jetzt auch tot. Ach, komm. Sascha! Ja. Ich wäre eh zurückgegangen. Ihr hättet nur warten müssen. Ich wollte nur gucken. Ich wäre da unten nicht weitergegangen, aber ist okay. Wo ist jetzt das Schiff? Ich hoffe, da hinten. I don't know. Jetzt muss ich erst mal das Schiff finden, ey. Ich brauche Zeit, um das Schiff zu finden. Eine Stunde reicht mir nicht. Bin ich jetzt richtig? Schiff. 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 Ja, hier unten, glaube ich. Oh, da ist es. Oh, puh. Warum sterbt ihr? Ich sag doch Geschütze! Mann, ey. Mann, ey. Und sogar auch bei der gleichen Stelle. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr! Eigentlich habt ihr es nicht verdient, dass ich euch mitnehme. Nein! Ah, doch. Da ist es. Läuft der bei euch? Ja, das tut's. Ah, hilf mir. Wir haben einen A, alles gut. Alles, alles gut gelaufen. Wir haben einen A gegricht. War ein guter... Bei euch mal nicht den Strom einfach ziehen. Wir haben zwar... Wir haben zwar nichts an Geld, wir haben nur diesen komischen Generator und... Hey, hey! Ja, ja, das... Und den Walkie Talkies. Die Walkie Talkies und so bringen kein Geld ein, was wir bestellen. Das bringt kein Geld. Ja. Also, wir haben aggressive Lebensformen. Ja. Schild mit dem. Chironimo! Chironimo! Ich... Blut rutscht raus und Leichen fliegen. Genau, Schiba. 2,50 LV. Das heißt, glaube ich, was für's wert ist. Lass das Schild da. Lass das Schild da. Das brauchen wir. Oh, halt. Ich muss da was drauf. Scannen. Dann nehme ich einen Schlüssel mit. Ja, Schlüssel ist gut. Aber nicht Schild. 16 Objekte! 16 Objekte! 1400 Füß! Jo. Tschü, 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 tschü. Oh, Tötchen! Danke für die Bits! Wie geht's dir, Tötchen? Alles klar? Hoppala! Sascha, das bin ich! Sascha, das bin ich! Ich lebe! Ich lebe! Das bin ich! So. Ich hab ein Schild. Super! Rauslegen! 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 Schön erstmal die Mod schüttern mit irgendwelchen Scheißen. Sascha, das bin ich! Ja. Ich hab was Großes. Ne Tröte. Irgendwas hat kein... Irgendwas schreit hier! Tschüssi! Tschüss! Ja, und selbst ja auch halt. Ach! Irgendjemand hat die Kakube. Da schreit jemand hier. Irgendjemand hat die Kakube. Mine! 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 Ich hab zwei Schlüssel. Ja! Ich hab ein Telefon. Geil. Oh! Äh... Motor! Und raus damit! Hier ist noch ein Schlüssel! Hier ist noch ein Schlüssel! Geil. Raus damit! Und vor die Tür hin! Ja! 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 Dran holen! Geld, 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 Geld! Ich nehme ein Lammatun! Danke! hier ist der feier existent also einfach nur sagen wenn wir uns treffen bringt nicht viel denn daran dass die mod immer mitschneidet hallo ich bin es wirklich dann kann ja die auch irgendwann sagen hallo ich bin es wirklich ja wie eine miene 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 bringst doch aus ja warte das ist schon was großes ich glaube ich nehme gleich den feier exit ich finde den weg nicht mehr raus hallo 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 ich habe gesagt ich bringe hier alles raus aber ist okay das mache ich ja schon alles was draußen liegt habe ich zum größten aber ich gehe auch gleich weil bringt ja nichts bringt ja nichts ich bin fertig tschüss Ich bring den Scheiß jetzt weg Oh Gottes Willen Also für alle Headphone-Users Tut mir so leid Aber auch gleichzeitig nicht Achja, wir unterhalten uns über das Spiel Und wir haben einen Mod drin Dass das Spiel uns auch aufzeichnet Hallo Oh, das ist das Monster, was da redet Wo ist das Schiff? Ich such grad den Main Entries grad wieder Ja, der war da drüben, aber ich such das Schiff Ja, alles gut, das ist hier unten Muss einfach runterlaufen Da unten läuft was, eine andere Kreatur Ja, das hat Senovas Stimme bei mir So, das bring ich jetzt mal So weit es geht hier lang Da 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 Ey 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 Weg mit dir Ja? Genau dich mal nicht Ja, geh Ja, geh Geh Ey 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 Weg mit dir Los, los, los Geh Hier Komm, schnell, schnell Ja Verschwinde Nein, wir können durchgehen Wir müssen nur laut sein gegen den Ja, wie bei Bären Wie bei Bären Mehr ist das nicht Ich hol den Rest noch Nein Zieh dich Nur laut sein Ja, laut sein Genau Wie das Vieh draußen in Saschas Stimme Hallo Hey, hey Weg mit dir Weg mit dir Oh Yeah Yeah Nein, Hund Hund, 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 Hund,... ...lass mich durch! Oh, da kommt was Großes! Hund! Zu, zu, zu! Ich schaff. Ein großer Hund. Leise! Leise! Äh, du weißt schon, achso wir fliegen schon, oh, shit. Ja, der kommt nicht hier rein. Äh, die Tür geht irgendwann auf, Sascha. Wollte ich nur sagen. Wer? Die Tür geht irgendwann auf. Die hat hier so ein Anzeige. Hydrogen. Ja, das hab ich gemerkt. Wir werden gefeuert. Sag das Vieh mit dem Schilfstopp. Ja, das ist ähm. Wir werden gefeuert. Ja. Warte, 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 warte. Wie viel? Ich muss gleich durchrechnen, wie viel wir haben. 188 haben wir. 276. Wie viel brauchen wir? Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Lande mal, lande mal, lande mal. Fast alles. Ja, ich muss erst mal die Company eingeben. Das brauch ich nicht. Das brauch ich auch nicht. Die Schilder auch? Ja, ja. Ich, ich, ich mach das für uns. Keine Sorge. Unsere Leichen bringen nicht viel, ne? Ist egal. Ist besser als nix. Die sind sowieso nicht hier. Ja, aber er kann uns umbringen. Lande! Weiß ich auch nicht, weil halt eine Leiche nur 10 Dollar bringt. Ja. Ja, 5. Wir werden überleben. Ich mach das, Leute. Ich mach das. Vertraut mir. Vertraut mir. Vertraut mir. Ich mach das. Ey, das tut doch weh. Ja, ja, das tut weh. Und kostet uns sogar auch Geld, was wir kriegen. Aber, ähm, wir überleben das sogar. Ich, ich werd das machen. Ich werd das schaffen. Nein, Walkie Talkie bringt uns nix. Die Schlüssel werden anverkauft. Ich bin so ein Anti-Mate. Komm mal. Oh, die Chefin, die ist böse. Die Chefin ist böse. Die ist sauer. Ich hätt sie später umbringen sollen. Okay, die Leiche liegt da. Ähm, ja, es kostet Geld, wenn wir, äh, Leichen haben und die nicht mitnehmen. Also, wenn wir sterben, äh, müssen wir es bezahlen. Oh, sie ist sauer. Oh, sie ist sauer. Okay, 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 okay. Nimm's. Nimm es. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich hab nur gesagt, das schaffen wir. Ja. Haben wir. Duh, 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 duh. Äh, den Schlüssel noch? Hab ich noch irgendwas hier drin? Ja, genau, die Schraube. Genau. Ich glaub, Sinova hätt ich nicht töten müssen. Einen von beiden hätt ich leben lassen können. Es tut mir so leid. Bitte, 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 bitte seid nicht sauer auf mich. Ich musste es tun. Ich musste es tun. Ja, das reicht. Hoffentlich. Ja, das reicht. Hab ich noch irgendwas? Nein. Leute, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Ist das schon offen? Nein. Jetzt nimm's doch. Okay, 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 okay. Nimm es und wir fliegen. 110, 120. Mehr will ich nicht. Genau. Oh, 200. Never mind. Super. Sorry, Leute. Ich wollte nur das Geld. Ich wollte doch nur das Geld. Es tut mir leid. Entschuldige. Loco stinkt. Oh, scheiße. Wir sind ja schon ein bisschen zu hören. Ja, wir haben uns gerade abgesprochen, dass wir jetzt gerade die M*** füttern mit Loco. Stinkt. Wir füttern. Wir füttern den Mott. Aber ich hab doch gesagt, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich hoffe, dass wir nicht gefeuert werden. Du hast uns ja nicht gehört. Wir haben jetzt die ganze Zeit ja schön reden können. Wir haben uns jetzt abgesprochen. Okay, wir füttern jetzt den Algorithmus von der Mott mit Loco stinkt. Damit, wenn er irgendwann mal drin ist, dann so ein NPC vor ihm steht. Loco stinkt. Wow. Loco stinkt. Loco anti-made. Ja, wir hatten unseren Spaß im Jenseits. Ja, wie viel Geld haben wir jetzt? Hättest du uns gerne drücken. 549. Oh, wir könnten einen schweren Planeten nehmen. Ja, ich wollte gerade DIN machen. Ohne Licht. Ohne Tascheloppe. Den brauchen wir nicht. Der mit der großen Bibliothek, der ist geil. Oh, nee. Ja, ja. DIN ist zu teuer. Können wir noch nicht machen. Oh. Wie viel kostet der denn? 600. 6. Ich dachte nur 5. Oh, okay. In der Moment. Dat 550. Was brauchen wir jetzt? 515. Ja, das mache ich. Das mache ich. Immer mehr. Das mache ich. Immer mehr brauchen wir, ey. Das geht doch gar nicht. Dat mache ich. Keine Sorge. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Vertraut mir. So, ich kaufe nochmal Taschenlampen und so. Äh, Taschenlampen wäre gut. Nur Taschenlampen. Taschenlampen. Ich nehme nichts. Ich war, kam so klar. Ja, du rennst einfach durch. Ich habe jetzt schon, ich habe jetzt schon 3, 3 professionelle Flashlights gekauft. Okay, kein Problem. Profo. Profo auch noch. Sascha, riech mal mein Finger. Riech mal. Riech mal. Hier, riech mal mein. Oh, geil. Teamate Killer. Boah. Ich habe nur, ich habe nur an unser Team gedacht. Nur an unser Team. Killer. Antihilid. Weil sie uns keine Töten brauchen. Habe ich danach auch gemerkt. Habe ich danach auch gemerkt. Er wollte einfach nur den Profit für sich selbst haben. Ja, also. Durch eins zu teilen ist immer noch am schönsten. Erstmal auf die Bestellung warten. Ey, ich sehe nichts. Es ist schon wieder ein Pflanzplanet. Ja, hier ist neblig. Echt nichts. Anti-Made. Boko stinkt. Boko stinkt. Könnt nicht machen. Ja, ist es? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Ja, ich weiß. Na, hat der Andi-Märch jetzt alle Taschenlampen genommen? Ja, wahrscheinlich. Hier. Ist sie noch? Oh, ist die hell. Da. Ist ja auch die Pro. Ach, die Pro-Wi. Zurück zum Schiff. Dann gerade durch. So. Und wollt ihr? Treib-Sand? Ich habe mal einen Gang, glaube ich, gefunden. Echt? Cool. Ja. Immer gerade Schritt für Schritt. Oh, richtig neblig. Ja, ich mag keinen Nebel. Da ist er, da ist er. Ja. Nein 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 Hallo, Willkommen im Gluck der Toten ... Wo bist Du gestorben? Ich bin auch ertrunken Hallo Loco stinkt. Okay, jetzt kann man es genau andersrum machen. Sascha, Antimail. Sascha stinkt. Sascha ist doof. Sascha lässt uns im Stich irgendwer dringen. Saschaaaaaa! Saschaaaaaa! Sascha, du stinkst! Ja, aber jetzt noch fieser sein. Wir könnten jetzt natürlich auch so Sachen machen, die nicht dumm sind, sondern die ihn wirklich verwirren könnten. Sascha, hier sind wir! Hier! Sascha, hier! Hier ist Loot! Sascha! Achtung, Biene! Turret! 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 Achtung! Sascha, Hilfe! Hilfe! Es ist halt so dumm, weil aus jeder Zeit irgendwie ein Monster kommen könnte, was dann genau diese Scheiße verbindet. Sascha, komm mal her! Ich hab hier was! Richtig duster, Alter! Webelig! Ich bin schon voll! Sascha, komm mal hier hinten rein! Sascha, ich bring schon mal was weg! Okay. Da geh ich nicht dran. Ich bin voll! Ich gehe! Ja, eh schon mal. Nicht da rein! Nicht da rein! Nicht da rein! Achtung! Mine! Oh, wir sind gemein. Okay, jetzt geht er zum Schiff jetzt wieder. Wahrscheinlich gleich, dass wir tot sind. Oder er fällt jetzt auf uns Waffen und stirbt. Das wär ja doch noch geiler. Ovo! Ovo! Ja, aber er macht's schlau. Er geht in die Hocke und läuft langsam, weißt du, und guckt so am Klippenrand. Die sind beide tot, ey. Ich schwör's. Nein, wir sind nicht tot. Nein! Wir sind drin! Wir warten da auf dich. Wir haben den dicken Jack-Code gefunden. Wir haben alles. Wir haben tausend, die rumliegen. Komm her! Ja! Jetzt wär's so schön, wenn draußen schon Monster rumlaufen, die unsere Stimme imitieren. Ja, das wär richtig lustig. Und dann müsste... Ausgerechnet dann müsste irgend so'n Sound-Face kommen mit... Da ist noch jede Menge! Da ist noch jede Menge! Ja! Ahoi! Aber ja, das Fliegefiel... Das Fliegefiel, was wir da vorhin hatten, da müsst ihr einfach nur laut sein. Dann greift das euch nicht an. Fuck, Alter, ich seh gar nix. Ey, welcher Mod auch noch geil ist, ist das mit den Exit-Türen. Wenn du das Ding kennst, eventuell. Ja, ja, das hab ich auch schon gesehen, ja. Hallo? 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 Ja, ja, das sind wir, Sascha, das sind wir! Sascha, hier ist das Raumschiff! Musst du mal reingehen! Sascha, an der Feuertür, da hab ich jede Menge Zeug noch liegen! Sascha, bei der Feuertür! Ich höre doch aus. Geh mal zur Feuertür, da ist noch jede Menge Stuff! Okay, jetzt hat er schon gesehen, dass du tot bist. Ja, das hat er auch gehört, dass ich tot bin. Oh, er zieht das. Wollt er uns jetzt noch? Ja. Lass mich liegen, hol sie Nova noch. Ja, man kann nicht jede Leiche aufheben. Ach ja. Er macht aber erstmal die Tür zu. Ich weiß noch nicht, wie spät das ist. Ja, so spät dürfte es doch nicht sein, wir waren ja noch im Gesicht direkt am Anfang gestorben. Ich glaub wir hier fliegen. Lass nicht wohnen. Vielleicht geht er noch rein. Ja, ich glaub nicht. Nein, komm 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 komm. Geh, geh. Schade. Wer hat ne, kann nur... Bist du Profit? Naja, ach... Muss ich nur dran denken, dass wir jetzt nochmal neue Taschenlampen bestellen. Ich glaub für mich ist es besser, wenn ich wirklich nichts mitnehme. Ja. Ey, ah, juhu. Was habt ihr hier wieder gut hingekriegt? Ey, ich war noch am Leben, du hast mich vergessen. Ja, ja. Naja. Naja. Ich bin, ich bin einfach gleich direkt am Anfang in dieses... rein und dann im... ertrunken im Scheißwasser. Warte, was steht denn da auf deinem... auf der Chirt? Was steht denn da auf der Chirt? Was steht da auf der Chirt? Unprofessionell. Employer. Employee. Steht bei dir. Ja. Was steht bei mir? Nichts. Wo kommt der Chunk her? Ja. Den hab ich umgestellt... gestellt. Oh, welcher Chunk? Umgestellt? Ja. Stell das Ding weg. So. Nochmal zwei Taschenlampen bestellt. Haha. Diesmal kein Nebelplaneter. Ey, das ist ja furchtbar. Doch, der ist immer noch neblig. Der ist immer noch neblig. Der ist immer noch neblig. Aha. Aber denk grad nur zu Taschenlampen, komm. Ich hab nochmal zwei Stück bestellt für uns. Weil, ja. Irgendein Fisch hat jetzt eine Taschenlampe. Oder zwei. Ja. Der kann jetzt Anglerfisch spielen. Hahaha. Aber Sascha, wir haben auch nochmal den Algorithmus ein bisschen gefüttert. Ja. Aber diesmal noch fieser. Wir haben gesagt, Sascha, komm nochmal rein. Hier ist noch jede Menge Zeug. Das ist brav. Hahaha. Da ist er. Wasser. So, Roland. Ja. Und rein. Zurück zum Schiff. Und wieder ins Wasser. Ja. 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 Ins Wasser. Uh. Ne, bloß nicht. Hier geht's runter. Ja. Echt? Ja, da hüpf ich rein. Ich halte mich immer am Rand. Hier ist ein Stein. Da muss ich doch hier reingehen. Main entrance. Er muss sich hier dran halten. Und er rennt schon. Eigentlich kann man drauf zu rennen. Da ist ein Sack drin. Hallo. Hallo, komm rein. Hallo. Hallo. It's me. Ist nicht dein Ernst. Ich hab irgendwo festgehalten gerade. Hier ist ein Schlüssel. Ich hab noch Stuff, kommt rein. Hör. Hör. Alles klar? Mal doch mal mit. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Komm rein in die gute Stube. Ja. Großer Raum. Großer Lootraum. Hier soll doch eigentlich schon mal was sein. Never mind. Das war's. Und jetzt. Ja. 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 Locked. Da hinten ist die Mine. Lass mich hier hoch. Ich versuche rauszugehen. Hat er gesagt und geht weiter rein. Nein, da will ich nicht hin. Okay. Ach guck mal. Guck mal. Ist hier eine Spende gefaltet? Ja. Da bin ich schon durchgerannt. Okay. Weil ich hier irgendwo eine Spende gehören hab. Guck mal. Da ist noch's. Ja. Ich hab einen Block. Schaff ich noch. Okay. Ich bin voll. Ich bin eine Mine. Ja. Da gibts paar mehr Minen. Passt auf. Oh. Loot. Loot. Scheiße. Wo geht's raus? Muss ich mir merken. Jetzt hier lang? Hier lang? Nein. Jetzt hab ich mich verlaufen. Jetzt hab ich mich verlaufen. Scheiße. Ich hab mich verlaufen. Ich hab mich verlaufen. Ich hab mich verlaufen. Jetzt hab ich mich verlaufen. Ich hab den Weg rausgefunden. Ich hab never mind, oder? Danke Shiva, viel Spaß im Blick. Ich hab never mind, oder? Das ist schon. Ich hab never mind, ich hab never mind, ich hab never mind. Es kommt, es kommt, es kommt, wir müssen es austricksen. Ich bin runtergefallen. Ja, und ich war fast beim Schiff, aber da ist was Großes irgendwas. Scheiße, er ist runtergefallen. Ja, wir werden alle unseren Loot verlieren, weil es ist schon echt spät. Also das war jetzt echt mies, weil man hat sich jetzt eben kurz gehört mit, ich seh nichts. Zum Glück hatte Sascha ne andere Voiceline von mir, ansonsten wäre das... Hallo. Da war's. Wo bist du gestorben? Ich? Ja? Äh, draußen, vorm Schiff. Draußen. War klar. Der schweckt einfach runter. Alter, aber das war jetzt grade echt mies mit der Voiceline von Loco so. Ich seh nichts, ich seh nichts. Ich dachte, okay, jetzt ist Loco doch bei uns in der Nähe. Und dann sagt Sascha zum Glück, ich hab dich reden hören. Ich hasse dieses Viech, der Schatten. Ähm. Jetzt müssen wir... Hey, noch einen Tag. Ich glaub, wir werden gefeuert. Ja, ich glaub schon. Nee, wir werden gefeuert. Ähm. Schaffen wir nicht. Weiß ich, doch. Egal, eklipst. Oh, scheiße. Okay, damit komm ich ja klar. Es führt jetzt einfach Profis zusammen, so schnell wie möglich. Los, einfach rein. Einmal wieder durchrennen. Die Flieger können jetzt schon... Ja, ja, nee. Eklipst. Verdunkelt. Die Flieger können jetzt schon aktiv sein hier draußen. Ja, das weiß ich. Ich hör schon so'n Baum. Ich hör schon so'n Baum. Ich bin unterwegs. Tschüss. Es ist hinter uns. Tschüss, tschüss, tschüss. Ah, geschützt, geschützt, geschützt! Ja, ja. Ich hab halt gar nicht gesehen. Keine Dase, 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 Dase. Ich auch. Geschützt! Ja, ja. Ach, sicker, so geil. Nein! Das ist was anderes unterwegs. Ich glaub, Loco ist tot. Ja, Loco ist tot. Und hinter mir ist was anderes. Loco wollte grad nach oben und ist oben gestorben. Okay. Das geschützt schon, okay. Das schießt nach oben. Ich glaube, da kommt gleich ein Monster von der anderen Seite. Ja, aber oben ist auch Sackgasse. Na dann. Kommst du runtergesprungen? Ich versuch's, ja. Hier ist irgendwas. Meine Sicht wird ganz schräg. Da ist Sackgasse. Ach, deswegen ist die Sicht so verschrägt. Wurde zu grün und lang gezogen. Die sollten eigentlich das Zeug rauslegen, weil es gibt die Käfer, die das klauen wollen. Da hinten lag, ja? Aber... Ja, ja. Ich glaub, weniger, das wird das geschafft. Wir werden eh gefeuert. Wären eh gefeuert. Ja, ist ja so. Wir haben keine Kohle. Wir könnten eventuell noch mal reinrennen. Komm rein, mach zu. Ja. Ja, wir werden eh gefeuert. Ja, wir schaffen das. Egal, wir werden gefeuert. Wir schaffen das nicht mehr raus, da ist ein Hund. Da müssen wir geduckt irgendwie laufen, keine Ahnung. Das... Oh Gott. die werden rausgezogen das wird jetzt muss profitabel bin ich also zu den hund da muss man leise sein komplett leise auch nicht reden deswegen sind die auch wir können auch noch auf dem planeten gehen wo sind der lichtschein da eigentlich ich habe versteckt der ist hinter dem oder der hat ihn verschoben ja klingeln wir können ein bisschen profit machen na komm raumschöpfer raumschöpfer ist auch weg ja raumschöpfer auch weg Das Raumschöpfer weg, ich habe es gemerkt. Ich habe noch Tschüss rausgerufen. Habt ihr es nicht gehört? Ich habe es gehört. Und ich habe bei Sascha zugeguckt, zu gucken, ob ich hinten nicht rauskriege. War schön mit euch. Jo. Bis zum nächsten Leben. Nein, ich habe fast überlebt. Stolte.